Wir freuen uns sehr, dass wir in der 36. Spielzeit der Schlossfestspiele Zwingenberg eines der spannendsten und farbenreichsten Programme in der Geschichte der Schlossfestspiele präsentieren dürfen. Wir starten am 21. Juli mit einer kubanischen Nacht aus unserer neu gegründeten Reihe Musik aus aller Welt. Diese wird im kleinen Schlosshof stattfinden. Unsere beiden Hauptproduktionen dieses Jahr werden von Wolfgang Amadeus Mozart die Entführung aus dem Serail sein. Wir werden dabei die spannende Regiearbeit mit Michael Gäth, die so erfolgreich ihren Beginnnamen 2016 mit dem Freischütz fortsetzen. Also Entführung aus dem Serail, wenn man sich damit beschäftigt, ist so ein herrlicher Quatsch. Das ist unglaublich. Man muss es eigentlich nur wahrhaftig nehmen, wie es ist. Dann kommen die ganzen humoristischen Elemente von selbst. Die sind reingeschrieben, die werden gesungen. Da sind starke Frauen, die die Männer rumpfeifen, die sich nichts gefallen lassen. Mozart war seinerzeit auch voraus. Der hat alles komponiert. Michael betont immer, es ist ja alles drin. Der ganze Harem ist ja schon komponiert. Und die ganze Türken-Hochzeit. Die Qualität, also diese Begeisterung für die Sache und für diesen Wahnsinn irgendwie, die hat er halt. Und die Freude darüber, wenn es aufgeht. Dieser Stück, ich finde, es ist ein größeres Ensemble-Stück. Und das mag ich sehr, mit so Ensembles zu arbeiten. Und das macht viel Spaß auf die Biene. Es ist ein unglaublich heiteres, komisches Stück. Und es ist ein bisschen wie ein Comic-Strip mit wunderschöner Musik. Nachfolgend dann die Rocky Horror Show aufgrund des überwältigenden Erfolgs im 2017 werden wir diese Show letztmalig nochmals präsentieren. Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Weltklasse-Cast nochmal in Zwingenberg vereinen konnten. Und als kleines Tüpfelchen auf dem I haben wir dieses Jahr noch zusätzlich als Erzähler Musicalstar Uwe Kröger mit bei uns an Bord. Zwischen den Hauptproduktionen präsentieren wir Ihnen ein Konzert, das auch für das steht, was unsere Schlossfestspiele ausmacht. Nämlich das Verschmelzen der Genres zwischen Rock, Pop und klassischer Musik. Eine große Crossover-Gala, Opera meets Rock, mit unserem Festspielorchester, mit einer Rockband, mit unserem Chor und mit drei fantastischen Solisten. Mit Musicalstar Patrick Stahnke, mit der bezaubernden Jana Marie Kropp und mit Aaron Corley werden wir ein Wiedersehen feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch versuchen, eine dieser Karten zu ergattern. Und für unsere Hauptproduktion sind noch Karten erhältlich. Bitte warten Sie nicht zu lange. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder bei uns zu Gast wären. Und wenn Sie nach diesen Produktionen dann unseren Schlosshof als unsere Freunde verlassen würden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020